an hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Survival Games hier noch vier Sekunden nicht hier in der Lobby ja und möglichen Leider wer auch kommen und halbieren zu der neuen Runde Survival Games mit dem Timo auf unserem neuen Teamspeak Link in der Beschreibung hallo eben hier mit dem SFB-Word den wir da drüben gerade sehen Melonenfresse Junge Jan magst du dich noch erinnern an die Melonenfresse ja da steht gerade drin ach und der Bo wie heißt du Boat GTLX ja der Boat GTLX ist ähm und noch so bisschen Audio dabei und ich verlinke wie immer alle äh so noch 20 Sekunden ich gehe hoch und hole meinen Ventilator mach du das der der dir ähm vom Stuhl gefallen ist nein nee das war Marcel ah hi YouTube yeah okay Leute und keine Ahnung wo du bist aber okay ich bin ich geh in die Mitte er nicht auf und er hat vor mir vor mir vor mir wo bist du um dort gleich in der Regel ich sehe dich ich gehe nachher deine vorne links und dann rechts über die Brücke Jo Ui ich hab ich hab ich hab die Fälle und jetzt ist es nämlich da ich habe ich habe schon mal Holzschwert ich ich habe heute Schwerden und ein Eisenbaken das und dann jetzt hier über den Brunnen wo gehen wir hin wo gehen wir hin ja du leuten Achtung Achtung da kommen zwei ich will nur ein paar Jolo darum herum ne Jolo Jolo ich bin hier kurz meine ich hab ein Bogen ein Spinnennetz ich hab dann brauchst du ein Eisen und ein Stick ich gebe mir einfach mal das Eisen habe ich immer gern hast du ne Schüssel nö hast du mir es gegeben nö Eisen und Stick eben ich brauche ein Eisen und ein Stick ach komm mit so einmal hier zur Tür die Tür ist immer geil dann hängen wir nachher noch eine Runde an äh also ich äh mach immer nur eine Runde ähm es geht aber ich nehme ah hier ist einer und hat ein Steinschwert wo ich bin hinter ihm komm hier hoch komm hoch wo wo yes haben gekillt lol Eisenhose ich hab Eisenhose hier oben komm ich war kurz hier oben jetzt auf der Kiste komm was hat's drin ähm ein Helm für dich warst du ein Chain Leggings ich hab gar nicht ich hab noch einen Bock darf ich den Stein schwör ne das wollte ich ich hab einen Bogen Peile nö aber ich hab eine Schüssel hier ihr habt zwei wirkt gut dann geben wir die Schüssel ich hab zwei Pilze ähm ich hab noch vier Weizen da kann ich noch verkraften ja verkraften rotpilz wie wer bist du rotpilz oder braunpilz ah shit 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 nein ich hab ihn gerecht ich hab ihn voll gerecht danke ne da ich geh ich so ffp gut ich komm nicht noch spectaten fucky der hatte kein Stick ähm da liegt ähm da liegt noch ein Fisch scheiße der hat kein Stick ähm hier auf dem Workbench es liegt noch ein Fisch hätte der jetzt ein Stick ist scheißegal hätte der jetzt ein Stick gehabt dann hätte ich jetzt ein Eisen Alter ja komm du hast Eisenhose von mir nein ach da ist der Fisch scheiße ein Stickmann man man so ne scheiße ne alter du lässt dich noch erwischen du ja ich ich war am Craften ja was warst du am Craften ähm hier warst du hier schon ähm hier Treppe hoch rechts neben dem Feuer Moinsen Bernie Moin ich bin ja der Aufnahme bisschen am Aufnehmen wie gefällt dir der neue TS bis jetzt schön ne gut ne gut er ist immer noch gleich wie vorhin ähm kannst du sagen ob einer kommt ähm Ding von hinten ja ne kommt niemand einfach sagen äh bist du schon hier rechts die Treppe hoch gegangen ich bin hier kurz zu den Sachen sozieren war kurz SFB ne ich bin noch nicht aber alte 2 Eisen ich brauch nur noch ein Schwer weil hier oben ist noch eine Kiste guck einfach ob niemand kommt ich bin sonst im Arsch so jetzt hab ich alles weggeworfen wo hat die Treppe hier vorne hier hier rechts neben dem Feuer ähm kann ich ganz kurz sprechen ähm ja aber dort hat's nix ja ok da warst du schon aber die sind ja zur Kiste hä auf der anderen Seite äh ich probiere nachher da rein zu kommen ja ähm da hat eine Treppe so ähm neben dem Feuer ach hier recht neben dem Feuer da da ist ne Küste ne da ah doch da zieht das Fleisch ach endlich Schuhe wenn ich ins Internet alles immer noch so scheiße was tropfen die runter nach Eisen nimm nimm das ist ne gute Runde obwohl du verreckt bist wer ähm du hast ja meine Sachen geerbt meine Eisenhose ne aber es war so witzig ich so von ihm ja 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 der ist down der ist down und ich so schlag von hinten auf ihn boah wenn man da hat zwei Kisten komm Yolo dann mach da mal runter Aua da hat ah dies leer scheiße und hier ähm auf dem Haus ist noch eine auf dem Haus gegenüber ähm ich weiß aber ich muss jetzt irgendwie raufkommen ist das Problem da ist noch ein Gegner ähm geh ins Haus rein und dort müsste es eine Leiter haben ich sehe nur einen Namen kannst du mir sagen wo er ist äh ich wo da drüben ja hier war noch niemand drin aber da ist wahrscheinlich auch nichts doch hier ist die Kiste egal und eine Steinachse und TNT hab ich TNT doch ne ich hab einen Namen irgendwo ähm hier hier ist noch eine Leiter im Haus zu einer Kiste warte da ist einer Fakt hat die Vier der Beste Rüstung私 ich 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 hab's du ja lol ich hab ihn ja h hatte den Stick hat den Stick wie sie sagen wir es in der Zeit ich verküsse mich irgendwo kurz ein Loch rein dann war hast du hast von die kommt mich rein lassen hier sind sich ein danke im hier links guck nicht guck einfach auf die tour ob jemand kommt an die auf die türku links neben dem eingang außen war noch eine kiste hat wenn jemand ja sich gesehen oder einfach sagen wenn jemand kommt mache ich ich will ein bisschen in meinem stuhl weg 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 die schuhe erweck sich aus geil jetzt habe ich mir richtig jetzt habe ich eine richtig gute rüstung aber ein alter mir fällt nur einfach scheiße und kax dick geliebt und hat es ist ja ich ein weizen wort die wird er wird er und diese abkommt jolo dafür können ich mir das ist mir zu gut du guckst einfach auf die tür gehen ihr ich traue ich vertrag ich Kaudier Junge Nrl 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 so noch fünf Leute und zwar JJF TJF Benjamin Allah es wird Eisbommer und Maidie Frank und halt ich ich gehe wieder raus da hat es noch eine Leiter dort ist ein auch schon jemand ein ne war dort ist eine Kiste das weiß ich Wetten da war es nee aber das war ein erfahrungserfahrungstrank und hier links neben dem Eingang warte ich hab ich habe einen Namen gesehen hier links neben dem Eingang unten dürfte noch ein eine Kiste sein und vielleicht hast du die schon geöffnet keine Ahnung Prozent links neben dem Außen Nrl ja 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 da sind Menschen verschissene Hände hat sie noch etwas durch brauchen kann Prozent Essen habe ich eigentlich genug ich habe gesagt ich habe einen Namen gesehen und wo sind die alle hier nein ich habe ich habe du bist du nachkommen Juli ich möchte denn da möchte ich schon das Fleisch haben Goldboots weg Leder weg wenn schon möchte ich auch das Fleisch Oh im Final Deathmatch Countdown oh Pass auf wegen Essen ich brauche ich bräuchte eigentlich nur ein Stick davon als Kissen von das Kissen ja bitte wenn ich jetzt ein Stick finde nein ist noch was ja aber das brauche ich nicht einfach so YOLO ja ist hier etwas jetzt eine Workbench jetzt die Kiste so 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 habe ich alles als ich das brauche ich nicht 20 Sekunden 10 9 8 7 6 4 4 Ok wenn wir weg 2 1 0 und go 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 ui 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 weis auch so angere ihn an der sie in den reißen Pommes und für mich auf seinen anderen das hast du ähnlich um der Welt um der hat die Eispommes die schilder noch ein bisschen rum sie kommt Achtung kommt 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 dann die erschwert ja das verliere ich scheiße war trotzdem ja Leute Scheibe das war eigentlich richtig nice die Runde ich gucke mir doch mein Kopf da vorne an ein Kopf sehen ja okay da war eine richtig coole Runde und danke bis zu lange bis zum nächsten Mal bei mir auch Tüten und bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen schaut mal bei SFB-Wort Burghardt weiß nicht was vorbei bei allen einfach dann tüßen und bis zum nächsten Aufnahme und zur nächsten Folge bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal